Die niederländische U21-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft niederländischer Fußballspieler. Sie untersteht dem KNVB, dem niederländischen Fußballverband und repräsentiert ihn auf der U21-Ebene. In Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände, aber auch bei der Europameisterschaft des Europäischen Kontinentalverbandes UEFA oder der Fußball-Weltmeisterschaft der FIFA. UEFA Spielberechtigt sind Spieler, die ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen. Bei Turnieren ist das Alter beim ersten Qualifikationsspiel maßgeblich. Geschichte Die niederländische U21 wurde 1976 gegründet. Grund dafür waren die Neuordnung und Regelung der UEFA in diesem Jahr, die die Altersbegrenzung von 23 auf 21 herabsenkte. Zuvor gab es bereits seit 1972 eine U23, in der die Ursprünge der heutigen U21-Auswahl liegen. Bei den ersten fünf U21-Fußball-Europameisterschaften zwischen 1978 und 1986 schafften es die Niederländer nicht, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Erst 1988 erreichte die Mannschaft das Viertelfinale und traf dort auf die spanische Auswahl. Nach einem 0 zu 1 im Hinspiel konnte sich die Mannschaft im Rückspiel mit 2 zu 1 nach Verlängerung durchsetzen. Im Halbfinale musste sie sich allerdings dem späteren Sieger Frankreich mit 5 zu 2 geschlagen geben. Bereits das Hinspiel endete 0 zu 5 aus der Sicht der Niederländer. Der 2 zu 0 Sieg im Rückspiel konnte das Ausscheiden aus dem Turnier nicht mehr verhindern. Bis 1998 sollte diese erste Teilnahme auch die erfolgreichste bleiben. Beim Turnier in Rumänien schaffte es die Jong-Oranie wieder bis ins Halbfinale vorzudringen. Musste sich dort aber Griechenland durch eine 0 zu 3 Niederlage beugen. Beim Spiel um Platz 3 scheiterte die Mannschaft an Norwegen. 2000 scheiterte die Mannschaft bereits in der Gruppenphase der Endrunde. Nachdem sie 2004 nicht qualifiziert waren, überraschten die Niederländer bei der EM 2006. Nach einem holprigen Start mit einer Niederlage gegen die Ukraine und einem Unentschieden gegen Dänemark. Schaffte die Mannschaft erst durch einen 2 zu 1 Sieg gegen Titelverteidiger Italien den Sprung in die K.O.-Runde des Wettbewerbs. Im Halbfinale traf sie auf Frankreich. Trotz eines 2 zu 0 Halbzeitvorsprungs musste die Elftal noch in die Verlängerung, setzte sich dort dann aber mit 3 zu 2 durch. Am 4. Juni 2006 traf sie zum zweiten Mal in diesem Turnier auf die ukrainische Auswahl. Mit einem klaren 3 zu 0 gelang die Rewasche und die Niederländer konnten den ersten EM-Triumph feiern. Klaas-Jan Huntelaar mit einem Doppelpack und Niki Hofs in der Nachspielzeit besiegelten den Erfolg. Aufstellung Kenneth Vermehr, Gies-Louis Ring, Urbi Emanuelsen, 2 Team Dali, Ron Fla, Stein Schaas, Niki Hofs, Ismail Eissati, Demi Dzeuf, Romeo Kasteln, Klaas-Jan Huntelaar Trainer, Vorpe de Haan. Kader der Finalmannschaft von 2006 zur Europameisterschaft 2007 luden die Niederländer als Gastgeber ein. Diesmal setzte sich das Bonds-Team recht klar als Tabellenerster in Gruppe A durch. Einzig ein 2 zu 2 gegen Belgien kostete im letzten, für die Niederländer unbedeutenden, Spiel einen Punktverlust. Das Halbfinale wurde 13.12 Uhr im Elfmeterschießen entschieden. Nach 90 Minuten hatte es 1 zu 1 gestanden. Gianni zu Eberlund verwandelte den entscheidenden Treffer für die Oranje. Sechs Akteure mussten sogar zweimal zu einem Elfmeter antreten. Und damit wurde ein neuer Rekord für die meisten Tore in einem UEFA-Pflichtspiel aufgestellt. Im Finale am 23. Juni 2007 im Eurobox-Stadion musste man sich mit Serbien auseinandersetzen. Durch einen frühen Treffer in der 17. Minute durch Utman Bakal wurden schnell die Weichen auf Sieg gestellt. Durch Tore von Rhein-Babel und Maceo Richters war der Erfolg schon fast sicher. Nach einem Anschlusstreffer in der 79. Minute durch Dragan MRTHA konnte Luigi Bruins kurz vor Schluss den alten Abstand wiederherstellen. Mit Daniel Dereda war nur noch ein Spieler aus dem Kader des Vorjahrestriumphes in der Startelfe der Finalmannschaft von 2006. Aufstellung Boy Waterman, Gianni Zuiberlund, Arnold Kuswig, Erik Pieters, Hedwiges Maduro, Reusch, Don Drinte, Rhein-Babel, Daniel Dereda, Maceo Richters, Rhein-Donck, Oatman Bakal-Trainer, Vorpe de Haan. Kader der Finalmannschaft von 2007 auch zur U21 Fußball-Europameisterschaft 2009 in Schweden wollten die Niederländer anreisen und den Titel verteidigen. Nach gutem Start in der Gruppe 5 verpasste es das Team den Gruppensieg perfekt zu machen. In den letzten vier Begegnungen wurden nur vier der möglichen zwölf Punkte erreicht, darunter zwei Niederlagen gegen die Schweiz. Und damit nur Platz zwei, somit musste man den Schweizer Alpenfußballern Vortritt lassen und verpasste die EM. Im Juli darauf wurde Vorpe de Haan als Trainer der Mannschaft gekündigt. Seinen Platz nahm COER Pott ein. Dieser betreute das Team bereits zwischen 2002 und 2003. Aktuelles Länderspiele Aufgelistet sind die Spiele der letzten zwölf Monate sowie zukünftig geplante Länderspiele. Die Ergebnisse werden aus niederländischer Sicht genannt. Grüne Hintergrundfarbe ist gleich Sieg der niederländischen Mannschaft. Gelbe Hintergrundfarbe ist gleich Unentschieden. Rote Hintergrundfarbe ist gleich Niederlage der niederländischen Mannschaft. Aktueller Kader Die folgenden Spieler wurden für das Freundschaftsspiel gegen Deutschland nominiert. Das Spiel fand am 13. November 2014 in Ingolstadt statt und endete 3 zu 1 für die deutsche U21-Auswahl. Teilnahme an Junioren-Europameisterschaften Teilnahme bei U23-Europameisterschaften 1972 Viertelfinale 1974 Viertelfinale 1976 Halbfinale Teilnahme bei U21-Europameisterschaften Bemerkung Zwischen 1978 und 1992 wurde die Endrunde einer U21-Europameisterschaft nicht in einem Land ausgetragen, sondern durch Hin- und Rückspiele in den jeweiligen teilnehmenden Nationen absolviert. Bisherige Trainer Unvollständig Nohl Die Reuter Han Berger Mark Wotte C.O.R. Pott Ruhu Gulit Vorpe D. Hahn C.O.R. Pott Albert Stuyvenberg Atri Koster Remy Renierse Rekordspieler Meiste Länderspiele stand Meiste Länderspieltore stand Ehemalige Spieler Auswaljo Bonn-Freer Roy Mackay Ibrahim Affelei Klaas-Jan Huntela Niki Hofs Arnold Brugink Urbi Emanuel Zorn Rhein-Babel